Hallo und Willkaut zurück zu Terraria. Oh lol, aber ich will das Bike überrollt werden. So, den will ich nicht immer in meine Vettabe halten, den stelle ich da hinten hin. So, was wir jetzt erstmal machen werden, ist hier an diesem Tisch uns ein Destroyer-Emblem zu craften. So, das müssen wir jetzt mit einem Rangescope kombinieren, um ein Sneaperscope zu erhalten. Und dann ist dieser Bau, dieser Skilltree, wie soll man das mal nennen, auf jeden Fall fertig. Interessant, das bringt dir technisch gesehen aber auch was, weil es nur Damage increased. So, wir sind die Expert-Kiste. Oh mein Gott, olé. Thank you for your support. Pottyblanks. Ja, ist das ein Developer, weil das für mich verwirrt. Ich denke schon, aber es ist sogar eine andere Farbe, interessant. Ja, vielleicht ist das von einem Mod. Das ist ja das, was ich wissen wollte. Möglich. Ja, warte, ich muss mal noch ein paar Shiny Stones verkaufen. Ist denn so viel Geld wert? Also einen packe ich hier rein, auf jeden Fall. Oder soll ich... Ach nee, den nehme ich mit. Du kommst in den Social Slot. Den sieht man ähnlich, oder? Habe ich schon einen da reingetan? Äh, weiß ich nicht. Nein, du hast noch keinen da reingetan. Boah, Alter, sind ja viele Hive-Packs drin. Ich glaube, so viele brauchen wir nicht. Definitiv nicht. Okay, ich habe zwei Possessed Headshot. Ich glaube nicht, dass mir das was bringt, zwei zu haben. Aber egal, ich habe zwei. Ich habe endlich mal eine starke Waffe. Hast du die Wings-Schalte schon aufgemacht? Ja. Okay. Wie gut sind deine Developer Wings? Sind die jetzt gut, oder nicht? So, ich sortiere jetzt mal nach Höhe, die man fliegen kann. Das ist das Wichtigste. Am besten ist Stardust und Solar. Dann kommt Fischron. Nebula-Mantel, Vortex-Booster, Spooky-Wings, Tethered-Fairy-Wings, Betsy's-Wings, Steampunk-Wings. Die kommen auch hoch. Interessant. So, bla 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 bla, bla 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 bla. Da kommen meine Leaf-Wings schon mit 81 und 2,67 Sekunden. Frozen, Flame, Spectre, Ghost. Ah, da kommen dann die Beetle-Wings. Die Beetle-Wings sind genauso stark wie die Leaf-Wings. Allerdings haben die mehr Prozent, mehr Speed-Bonus. Aber Steampunk ist nochmal besser, oder wie? Steampunk ist besser, ja. Du brauchst die Husks nicht mehr, ich verkauf sie alle. Zeit in Sekunden. So, okay. Dann kommt nach Beetle-Wings. Vils-Wings, Kronos-Wings, D-Towns-Wings, Sengs-Wings, Leisure-Barrier-Plattform, Loki, Jim, Skid-Bread. Die haben alle 77 und 133 Prozent und zweieinhalb Sekunden. Also die besten sind's nicht, aber es ist definitiv besser als deine Finn-Wings. Die, also die Developer-Wings sind auch recht weit unten. Ich hab, äh, Kanks. Der unteren Mittelfeld. Okay, also die besten Wings, die wir uns jetzt so spontan holen können, sind die von der Steampunkerin. Steampunk hat mit 91 hier echt... Eine Frage. Sag ja oder nein. Steampunk-Wings sind sogar besser als Modron. Also die besten, die wir jetzt holen können. Oder nicht? Also, Sie sind gleich gut wie die, die man aus dem Black Fairy Dust machen kann. Ja, den haben wir nicht. Und danach kommt schon Vortex. Ja, Steampunk-Wings sind scheinbar die besten, die wir jetzt haben können. Das nächste, was wir noch machen können, wäre eben... Soll ich dir auch welche kaufen? Äh, warte. Also, Steampunk-Wings. Warum soll ich die gleichen? Sind gleich gut wie die aus dem Pumpkin-Moon-Event. Das einzige, was jetzt noch besser wäre, als, äh, die von den vier, was auch immer, Lunar-Dingern, wäre Fischron. Warum ist der besser als die? So, wie schauen die Wings aus? Oh, die schauen ja cool aus. Ich glaube, die nehme ich in Social Slot, die schauen richtig geil aus. Ja, die Developer-Dinger schauen cool aus. So, wie sehe ich denn aus in dieser einen Developer-Rüstung? Sieht aus wie eine Frau. Ach, das ist du, da haben keine Frauen mitgearbeitet. Oder? Was meinst du? Nein, das ist ein Typ mit lange an. Ja gut, okay. Äh, Expert-Kiste, würde ich sagen, weil die Expert-Mode-Only sind. So, dann schauen wir uns die anderen an. Der Typ hat erscheint keinen Helm. Der hat 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 zwar die so lila eine Farbe, aber nein, danke, ich bleibe mit einer Chlorophyt. Aber seine Wings ziehe ich mir an. Ja, wie gefällt mir meine vollen Flügel? Ey! Warum verschwindest du einfach? BTF? Lost Connection? Mein Gott, Mann. Er hat mir nicht zu. Aber er selber sagt auch nix. Ja, egal, ich bin jetzt immer in der Singleplayer-Welt. Da ist wenigstens der Guide am Leben. Ah, Solar Eclipse is happening. Tut mir leid, die muss ich jetzt alleine machen. Ich habe nämlich keinen Bock, die wegzukriegen. Wegzumachen. Wir haben Solar. Also, ich habe drei Solar-Tablets und 67 Fragmenten. Batches Tensor. WTF? Wie häufig droppt die? Ich habe einen umgebracht. Keine Ahnung. Na, egal. Destroyer-Emblem. Avenger-Emblem. Ich habe mein Avenger-Emblem ja in die andere Richtung gebaut, für das Fire-Gauntlet. Ich glaube nicht, dass ich das noch brauche. Also, Eye of the Golem brauche ich glaube ich nicht. Das ist dein Bier. Ja, das wusste ich schon. Das habe ich doch sogar schon gesagt. Beetle Husks habe ich zweieinhalb Stacks noch. Oh, Deadly Sphere. Ja. Na, egal. Was ich jetzt wollte, ist Reforest. Gibt mir god nie. Hört. Hört. Hallo Matran! Ah jetzt kann sie ja Flügel treffen Ach fickt euch doch ihr scheiß Gegner! Wäre nur die Motte da gewesen und nicht nur die anderen, dann wäre sie tot! Hallo, jetzt springen hier die ganze Zeit Gegner von oben runter, alter! Und er laudert natürlich genau in mich rein! Ich bekomme unrealistisch, wie sie so genau ziehen können! Oh! Komm mal hinter mir, wo kommt die jetzt her? Ja! 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 Oh, da unten ist noch ne Hextall. Bist du nur anwesend? Du sagst doch überhaupt nichts. Ja, ich bin anwesend. Ich bin nur leider nicht auf dem Server. Das geht halt grad so. Ja, wenn du mir sicher sagen kannst, dass die Solareclips nicht verschwindet, dann kann ich neu starten. Kann ich dir nicht garantieren. Ich kann nur ne neue starten. Nein! Das machen wir, wenn die vorbei ist. Dann hab ich nämlich doppelte Chance, das Item zu kriegen, was ich endlich will. Ja, genau. Teleportier dich doch, Modron. Ja. Teleportiert sie sich schon wieder. Wolltet ihr vorher auch schon kleine Motten spawnen? Ja, kommt. Scheißdrecksvieh ist immer noch so stark. Warum ist Modron so ein harter Gegner sein? Ja,步 Und ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020